Und damit herzlich willkommen zu meinem nächsten Let's Play von Ubisoft Entertainment. Und, was steht da? Games Arts. Na, was ist es? Es ist? Es ist? Es ist Grandia! Tach mit Tachchen! Und herzlich willkommen zu meinem Let's Play Grandia, 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 Grandia. Oh Gott, oh Gott. Wie lange warte ich schon noch drauf, Grandia zu spielen? Oh Gott, Grandia, Grandia. Oh, es ist so schön, da kommen Kindheitserinnerungen noch. Und, oh Gott, ich weiß nicht, was alles... Grandia. Von Ubisoft? Ähm, 1997 und 1999. Game Arts, ESP. Gut, ähm. Dann nochmal schwarten. Und viel Spaß mit der... Blech. Schleier als... Nein, natürlich nicht. Ähm, Gott, ja. Ich hab das Schülspiel gespielt, aber es ist so lange her. Ach Gott, ach Gott. Nein, ähm. Puh, ich weiß nicht. Ach Gott, ich bin so aufgeregt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ach, es ist herrlich, ja. Herrlich. Option Neuspiel. Blblblblblblblblblblblblblblblblbl. Der Ton hängt ein bisschen hinterher. So schlimm ist es aber eigentlich gar nicht, glaube ich zumindest. So lange wollte ich jetzt eigentlich auch nicht rumreden. Ich würde sagen, wir starten mit der Vorschau oder mit dem Intro, dieses genialen Intros. Es ist Hammer. Und ja, viel Spaß damit. 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 Okay, ein schwarzer Bildschirm. Okay. Was? Oder wer ist da? Das klingt maschinell. Es sieht auch so aus. Sie sind mich verletzend. Müllin, wo sind wir jetzt? Es ist nur eine halbe Stunde seitdem du gefragt hast. Du hast es getötet, General Ball. Ich sage dir, Müllin. Wenn da keine Soldaten sind, solltest du meinen Vater nennen. Entschuldigung, aber Lieutenant Lean ist noch hier. Oh, es ist einfach so schön, dass du so antwortest. Aber du wissen, dass Lean eine sehr spezielle Teil unserer Militärer Pläne ist. Nichts, Lean? Der dritte Excavation des Salt Runes ist almost fertig. Ich bin auf dich, auch. Müllin, Lean. Wir haben einen Elite Battalion von unseren Forces zu dieser Excavation. Ich bin sicher, dass wir guter Nachdenken hören können. Der dritte Excavation ist 13.40 Uhr. Jetzt passen durch Parm Airspace. Our ETA ist 15.30 Uhr. Lean, open the viewports for General Ball. Yes, Colonel Mullin. Yes, Colonel Mullin. Let's play. Grandia. Ich konnte nicht aufgenutzt sagen. Grandia, Grandia. Ach, herrlich. Ich freue mich so. Herrlich. Oh, wie war diese Gestalten? Wir werden uns noch erfahren. Musik trifft ab. Beginn zu spielen. Wir befinden uns in einer Stadt. Einer sehr industriellen, wie man das ausspricht. Das heißt, Stadt. Na ja, leben wollte ich dort nicht, eigentlich gesagt. Nicht sehr schön. Das ist ja gar keine Natur und sowas. Nein, das ist aber nicht schön. Das sieht gar nicht schön aus. Nein, überhaupt nicht. Wir würden da nur leben, naja, nicht. Das ist doch hässlich. Oder was für eine Stadt ist das eigentlich? Oh, freundliche Musik. Oh, ein kleines Mädchen. Och, wie süß. Wie ihr da rumtapst. Sie sieht sich um. Und läuft wieder zurück. Sie scheint jemanden zu suchen. Aber wer? Wen sucht sie? Und wer isst sie überhaupt? Und wer hat sie diese süße Schleife her? Ich will die auch haben. Gottschinn ist die putzig. Ah, im Kreis! Fui! Ist klar! Yikes. Das will teach you, you punk! Oh! Untertitelung des ZDF, 2020